Hallo, also ich bin der Mustafa, hier ist Franz, die will halt nicht reden, ja, warte, ja, sie will halt nicht reden, ja, ich wohne in Messstadt Ost, dort ist es halt cool und so, man kann da vieles machen, man kann im Sommer immer zum Bugelsee gehen, wenn es da warm ist und so, wir haben dort viele Freunde, und der Franz will halt einfach nicht reden, oder die Franz, ja, und da hat man halt viele Freunde, jetzt sieht man sich, die Franz will nicht reden, ja, und jetzt redet sie, nein, ich rede nicht, ja, egal, da hat man halt viele Freunde, man kann da immer abhängen, der Bugelsee ist schön, sauber, man kann da immer im Sommer schwimmen gehen und alles, ist halt perfekt, alles, es ist cool, ja, und es schaut aus, es ist das Beste, was es gibt, ja, damals, als ich noch eine Kreilerstraße oder so gewohnt habe, da konnte man einfach nichts machen, konnte man nie rausgehen und so, tschüss, Ende, aufs Ding,